Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Info-Video. Zunächst einmal tut es mir leid, dass jetzt so ewig lange nichts kam, aber es gibt Neuigkeiten. Ich werde jetzt demnächst umziehen und war in eine andere Stadt, das klar. In eine größere Wohnung zusammen mit Rabenfeder und es wird demnächst im September hoffentlich alles gut über die Bühne gehen. Deswegen hatte ich jetzt letzte Zeit zu tun, Wohnungen suchen, Wohnungen besichtigen und so weiter und so fort. Und es gibt noch etwas Neues und zwar werde ich zwecks des Kanals noch einmal von vorne anfangen, damit dann gleich mal von Anfang an alles irgendwie strukturiert ist, weil es ja doch alles irgendwie doch ziemlich durcheinander kam. Es ging mir dann ziemlich auf die Nerven. Also wird es dann, wenn alles gut klappt, aber ich denke schon, wird es dann ab Ende Oktober, ich hoffe pünktlich zum 31. wird es dann den neuen Kanal geben. Den werde ich dann auch nochmal verlinken bzw. werde nochmal Bescheid geben über ein kurzes Info-Video. Das wird dann alles auf einem neuen Kanal hier stattfinden und dann gibt es drei Videos pro Tag. Ich denke, damit können wir dann alles mal zufriedenstellen. Es gibt dann auch eine neue Playlist und drum und dran. Ja, ich denke, damit kommen wir dann gut hin. Also Kaninchen-LP wird es dann nicht mehr geben. Das Ganze wird dann alles etwas anders heißen, etwas anders aufgebaut sein. Und ich frage mich gerade, warum das Spiel hier im Hintergrund ruckelt. Na egal, ist ja nur ein Info-Videospiel, wie auch immer. Okay, naja, gut. Also das zur Info-Kaninchen-LP wird es nicht mehr geben in der Form. Das gibt es dann ab 31. Oktober ganz neu. Hier greife ich mich an. Ja, das war eigentlich alles, was ich schon dazu sagen wollte. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem neuen Kanal wieder. Ihr könnt euch ja auch das Datum vormerken, schon mal. Also wie gesagt, es gibt noch mal ein Info-Video, wann dann dort was kommt und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es dann diesmal auch mal ein kleines Trailer-Video. Ich hoffe ja, dass ich das mal gebacken kriege. Aber mit Sicherheit. Ich habe halt dann auch Unterstützung von Rabenfedern, was die Grafiken wie Avatar und den ganzen Kram dann angeht. Muss ich das doch nicht mehr selber machen? Haha, kann es sich auch helfen lassen, ne? Gut, also dann das, ja, soviel dazu. Dann bis zum 31. Oktober auf dem neuen Kanal. Also dann, tschüss!